Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Jessica ist tot Und du wirst dafür büßen Was war da? Mit Jess, Mike? Ich erinnere mich nicht an diesen Mord So eine Scheiße Oh Gott Oh mein Gott, was? Nein, bleib weg Benutzt die und verschwinde schnell von hier Was? Oh shit Oh shit Oh man Okay Oh my God Okay, I'm lost, kids Oh shit Oh 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 Komm schon. Komm schon. Komm schon. Okay, okay, hier muss es lang gehen. Shit! What ist das? Oh! 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 Okay, okay. Reiß dich zusammen, Em. Shit! Oh! 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 Klasse! Was jetzt? Lass mich rein! Lass mich rein! Lass mich rein! Lass dich rein! Schnell! Mach die Tür zu! Oh mein Gott! Mach die Tür zu! Ähm, äh, geht's dir gut? Ich dachte, ich schaffe es nicht. Du hast wie am Spieß gebrüht. Geht es dir gut? Du siehst echt gut. Wo ist Matt? Los, setz dich da. Da draußen ist was. Hat ihr euch geträgt? Ein Monster, ein Monster. Wovon redest du da? Ich sagte, da draußen ist was. Was? Ganz ruhig, es war Josh, das war alles Josh. Nein, 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 hör mir zu. Wir haben ihn schon, er kann dir nichts tun. Nein, es hat mich gejagt und es war kein Mensch. Moment. Warte, ähm, wo ist Matt? Ist er okay? Ich verliere kein Wort über das fiese Scheiß-Arschloch. Wow. Der Feigling, er hat mich einfach im Stich gelassen und ich hing an diesem verdammten Turm, so gut wie tot. Welcher Turm? Und ich stürze in diesen gruseligen, schrecklichen Minenschacht und er war weg. Oh, 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 welcher Minenschacht? Ich bin rumgelaufen in den Minen und es war dunkel und da war dieser Kram und da lag Beth's Kopf. Was? Beth's Kopf, er lag da. Oh mein Gott. Ohne Scheiß? Ernst? Ja, mein voller Ernst. Ich glaube, sie sind da reingestürzt. Oh, verfluchte Scheiße. Schlimmer ist noch, ich glaube, Hannah war nicht tot, also von dem Sturz, nicht sofort. Was meinst du damit? Ich weiß nicht, ich fürchte, sie war da unten und sie ist ganz langsam verhungert. Und wir haben hier oben alle nach ihr gesucht. Wer sollte das ahnen? Scheiße, das ist furchtbar. Hör zu, im Turm, da war ein Funkgerät und ich habe jemanden erreicht, aber genau da ist der Turm eingestürzt. Ähm, du bist da. Oh Gott, Mike. Was ist mit Matt? Ja, das fragen wir uns auch. Dann war da dieses Monster, das sie gejagt hat. Sie ist komplett durch, Leute. Emily? Hey, Em? Whoa. Wer kann das denn sein? Josh. Jess? Nicht Jess. Sorry, Mann, aber wer ist es dann? Was weiß denn ich? Wir sollten nachsehen. Ich bin dabei. Gut. Okay, ich mach die Tür auf. Bereit? Bereit? Los, mach endlich, ist wahrscheinlich eh keiner mehr da. Ja, es sei denn, ich soll die Waffe nehmen. Nein, 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 keine gute Idee. Okay, du die Tür, ich die Waffe. Shit, shit. Oh, ganz ruhig. Ganz ruhig, Mister. Halt. Oh, shit. Schon gut, schon gut. Ganz ruhig, Opa. Okay, jetzt beruhigt sich jeder wieder. Jetzt geht brav darüber. Na los, los. Lasst mich sagen, was ich sagen wollte. Ich will euch sagen, womit ihr es hier auf dem Berg zu tun habt. Ihr hättet nicht zurückkommen sollen. Keine Ahnung, wieso ihr wieder hier seid nach dem letzten Jahr. Meint sie wegen Hannah und Beth? Ja, vielleicht waren sie drin verwickelt. Oder verantwortlich. Verantwortlich. Jetzt mal ganz langsam. Ich mag es gar nicht, dass ihr Kids immer hier rauf auf meinen Berg kommt. Ihr Berg? Oh. Ich glaube, die Washingtons wären überrascht, das zu hören. Nein. Gehören tut mir der Berg nicht, das stimmt. Aber er gehört auch nicht den Washingtons. Dieser Berg gehört nur dem Wendigo. Wem? Wovon faselt er da? Was ist denn ein Wendigo? Hören wir ihn an. Haben wir denn eine Wahl? Ich sag euch das nur das eine Mal. Und mir ist es egal, ob ihr mehr glaubt oder nicht. Ich habe meine Gründe, es endlich loszuwerden. Na? Sag ich doch. Schuldgefühle. Er hat was verbrochen. Klappe, Mike. Es gibt einen Fluch. Er liegt auf diesen Bergen. Verfällt ein Mann oder eine Frau dem Kannibalismus in diesen Wäldern, wird der Geist des Wendigos entfesselt werden. Oh, scheiße. Ihr müsst euch einen sicheren Ort suchen. Probieren wir es im Keller. Okay, geht da runter. Jetzt, ihr alle, und wartet. Was? Wieso? Und wie lange? Bis zum Morgen. Leute, ich habe Josh allein gelassen, als er ihm geschrien hat. Wo hast du ihn gelassen? Im Schuppen. Euer Freund ist garantiert schon tot. Nein. Nein. Unmöglich. Wir waren erst bei ihm. Auf diesem Berg kann schnell etwas passieren. Nein. Ich gehe ihn holen. Du kannst da nicht raus, Chris. Ich bin eigentlich sein bester Freund und ich habe ihn verraten. Nein. Er hat dich verraten. Er hat uns alle verraten. Ist mir egal. Ich werde ihn holen. Dann gehe ich mit dir. Ich brauche keine Hilfe. Allein zu gehen, ist Selbstmord. Gut. Der Rest von euch. Geht in den Keller. Bleibt da. Geht nicht wieder da raus, bevor wir wieder da sind. Du siehst nicht so aus, als ob du den Ernst der Lage verstehen würdest. Ich hole doch Josh, oder nicht? Nein. Ich gehe und hole Josh. Du wirst mir helfen. Hast du verstanden? Ja, ich glaube schon. Du bleibst hinter mir und tust genau das, was ich sage. Dieses Ende richtest du auf das, was sterben soll. Ich kann mit einer Flinte umgehen, Mann. Kannst du nicht. Woher? Wissen Sie das? Glaub mir. Ich weiß es. Hey. Komm bloß zurück. Sie müssen uns beeilen. Ich... Wir sehen uns dann. Also, Sie sind der Experte für die Dinger. Was, ähm... Was muss man da wissen? Sei einfach vorsichtig und tue, was ich tue. Also, wie oft muss ich mit dem Gewehr draufschießen, bis es tot ist? Ja, da könntest du echt lange schießen. Ja, was? Ich kann es damit gar nicht töten? Nein, aber langsamer machen. Und wie tötet man es? Sie mögen kein Feuer. Ich mag kein Feuer. Sie fürchten es. Und es können Sie töten, wenn nötig. Ihre Haut ist wie... So wie ein harter Panzer. Ja, es sei denn, man brennt sie zuerst weg. Ah, ich get. Ähm, wie sind diese Dinger so? Ich meine, sind sie total unberechenbar? Oder kann man einschätzen, was sie tun? Ja, sie folgen bestimmten Mustern. Wie jedes Tier. Oder Menschen. Na, und wie? Folgen sie Zeitplänen? Tja, sie jagen nur bei Nacht. Habe ich nicht gefragt. Gibt es, äh, Profi-Bendigo-Tipps? Wenn ich mich mit Knoblauch einreibe, können sie mich nicht riechen oder sowas? Ja, sie riecht dich trotzdem nicht. Irgendetwas anderes? Sie können dich nicht sehen, wenn du ganz stillstehst. Wie bei Kröten. Die erkennen nur, wenn es in ihrem Sichtfeld etwas bewegt. Also wenn ich stillstehe, dann bin ich unsichtbar. Ja, ich würde aber nicht empfehlen, es zu probieren. Oh, nein. Du hast keine andere Wahl. Verdammt, was soll das? Er ist weg. Wir sind zu spät. Psst, still. Wir müssen weg. Sofort. Und was ist mit Josh? Wir müssen ihn suchen. Also, der Wendigo macht dich zuerst bewegungsunfähig. Und dann schält er dir die Haut von deinem ganzen Körper, Stück für Stück. Dabei lässt er dich leben und zusehen, wie er deine Organe frisst. Ein bisschen nach dem Anderen. Zur Lodge, gut. Ja. Lass uns abhauen. Vielleicht ist er noch hier. Halt. Nicht liegen. Ganz leise. Lauf! Los, los, los! Großer Gott, was ist das? Zurück! Zurück! Gott, verdammt! Wir sind zu leicht in Chile. Wir müssen weg hier! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh, scheiße! Ah, fick dich! Ah, scheiße! Oh Gott sei Dank, bitte lass mich rein, schnell! Oh mein Gott. Chris, oh mein Gott, was ist passiert? Hier, wir müssen weg, das Ding war direkt hinter mir. Ah, los, 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 los! Oh mein Gott Leute, Gott sei Dank! Wo wart ihr so lange? Sieht grad nicht so gut aus da oben, leicht untertrieben. Chris, wo ist der Flammenwerfertyp? Ja, er, äh... Ist er etwa tot? Oh nein! Was ist passiert? Das Ding hat, hat ihn zerfleisch, direkt vor mir. Oh Gott. Okay, sind das alle Türen? Ja. Ganz sicher. Wonach suchst du denn? Nach einem Weg hier raus. Mike, ich glaube das ist keine gute Idee. Wir sollten hier bleiben, wirklich. Bis zum Morgen. Wenigstens sind wir hier sicher. Oh, ja. Hübsch eingepackt mit einem Schleifchen obendrauf, damit uns das Ding nur noch auspacken muss? Jemand wird uns retten. Morgen früh. Zuversicht klingt anders. Aber jemand wird kommen, stimmt's, Em? Ja, ich meine, oder? Ihr könnt warten. Ich bin weg. Mike, es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Josh. Er muss ihn haben. Josh? Einer seiner miesen Tricks. Toll. Toll. Wenn das Scheißding Josh erwischt hat, dann war's das wohl. Keine Ahnung, Mike. Es ist möglich. Was ist möglich? Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Was? Ich habe ganz furchtbare Sachen gesehen. Das Ding wohnt, glaub ich, da unten und... Ha. Em, was? Scheiß drauf. Ich hol mir den Schlüssel. Direkt aus der Höhle dieser Bestie und dann schaff ich uns alle hier wieder raus. Em, was ist das alles? Das ist die Tasche dieses Opas. Ist das eine Karte? Der Typ war für alles gewappnet. Nicht ganz. Was ist denn das? Oh mein Gott. Warte, was ist das? Ich war da unten. Es war furchtbar. Warum? Es gab einen Einsturz in den 50ern ungefähr und diese Bergleute wurden da eingeschlossen. Oh mein Gott. Ein paar haben überlebt, aber etwa 15 von ihnen nicht. Da war ein Reporter und ich glaube, er hat herausgefunden, dass da ziemlich viel vertuscht worden war. Da lagen Pläne. Die wussten, es ist eine Todesfalle und haben trotzdem Männer reingeschickt. Und wer weiß, was es bedeutet, aber da war so ein Stuhl mit getrocknetem Blut überall, als hätte man jemanden gefoltert. Michael, können wir uns vielleicht darauf konzentrieren, wie zur Hölle wir hier rauskommen? Ich sag ja nur, es ist schräg, was hier oben so alles passiert ist. Was schräg ist, ist dieser Tunnel. Er führt von der Lodge bis zum Sanatorium hier. So bin ich hergekommen. Das habe ich gesehen, als ich da war. Dort lebt das Ding. Ähm. Ähm, was ist das? Was ist das? Ash. Ähm, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, nein, 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 nein. Es hat mich gebissen. Gebissen? Was hat dich gebissen? Der, ähm, der Wendigo. Was? Es ist gar nichts. Ehrlich, es spielt keine Rolle. Geht's dir gut? Shit. Es tut gar nicht mehr weh. Ehrlich, es ist nicht so schlimm. Ähm, wenn der dich gebissen hat... Ich weiß, was ich jetzt denke und es ist nichts. Wirklich? Ja. Emily, wir sollten uns das anschauen. Emily, wenn der Wendigo dich gebissen hat, dann wirst du vielleicht zu einem von diesen Dingern. Das ist doch lächerlich. Er sagte, wenn man jemand anderen isst, oder nicht? Das hat er gesagt. Was? So passiert das? Ja, es passiert nach einem Biss, dann bist du auch einer davon und dann gehst du auf uns los. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Du kannst nicht bei uns bleiben. Was? Mike? Du musst gehen. Soll das ein Shirt sein? Du bringst uns alle in Gefahr. So ein Schwachsinn! Emily! Du kannst nicht bleiben! Mike reg dich ab, okay? Wir wissen nicht, ob das so abläuft. Vielleicht ist es nur ein Biss. Ich hab gesehen, was diese Bestien anrichten. Und ich will das nie wiedersehen. Was soll das? Leute, was macht ihr? Hier ist die Tür. Tu uns allen Dinge fallen und geh. Oh nein, du willst dich nur besser dabei fühlen, dass du mich in den Tod schickst. Du weißt, dass da ein Wendigo nur darauf wartet, mich zu zerfetzen, so wie bei... Okay, oh mein Gott, geh einfach raus! Los, verschwinde hier! Woah, okay. Woah, 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 woah. Mike, ganz ruhig. Du willst mich erschießen? Mike? Mich? Das ist der Schutzraum M! Mike, Alter! Er ist nicht sicher, solange du hier bist! Nicht für uns! Ich tu das nicht! Es tut mir so leid. Fuck! Ich kann das nicht! Oh mein Gott! Du tust das Richtige! Hoffen wir es! Vielleicht! Vorerst! Shit! Fuck! 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 Beobachtet sie! Und wenn ihr irgendein Anzeichen seht, dann müsst ihr es tun! Fuck! Ja! Keiner geht raus! Okay? Es ist nicht sicher da draußen! Ich bin bald zurück! Ich dachte, dass er uns helfen würde! Der Flammenwerfertyp? Jetzt haben wir keine Chance! Nein, Leute! Es heißt nur, wir müssen stark sein! Wir müssen es allein schaffen! Ich glaube nicht, dass ich das kann! Oh! 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 Nein, nein, nein! Was? Nein, nein, nein! Was ist denn? Was steht da? Nein, nein, nein! Was ist denn? Was steht da? Oh! 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 Und jetzt? Oh! Hier steht das Der Biss Wenn du dich weißt, bist du nicht infiziert Es passiert überhaupt nichts Lass mich das sehen Oh, I'm sorry, was hast du gesagt? Ähm Hier steht, du bist okay Hier steht was? Jetzt wird nichts passieren Nichts? Mike hat mich fast erschossen Und die Schlampe hat ihn ermutigt Ey, das ist nicht fair, sie hatte Angst Ich bin es, die Angst hat Tut mir leid, tut mir leid, Emily Ich wusste nicht, was passiert, weil niemand wusste das Es gibt keine scheiße Entschuldigung dafür Bitte, Emily, bitte, versuch doch zu verstehen Versteh du lieber, was dir meine Hand sagt Tut mir leid Tut mir so, 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 so leid Scheiße Shit, shit, shit Wir müssen zu Mike Sofort Oh, Joshua Du hättest auf mich hören sollen Aufgrund deiner Entscheidung sind Menschen gestorben Ich weiß nicht, was schlimmer ist Aktiv Dinge zu veranlassen Durch die eine Person stirbt Oder passiv zuzulassen, dass eine Tragödie abläuft Und dabei rührt man nicht einen gottverdammten Finger Um jemandem zu helfen Weißt du noch letztes Jahr, hm? Du hast deine Schwestern sterben lassen Du hast nichts unternommen Betäubt von deiner eigenen selbstsüchtigen Furcht Während die echte Gefahr immer näher kam Es geht nur um dich, Josh Immer geht alles um dich Dein Spiel, das ging fürchterlich schief Und deine Freunde wie deine Schwestern haben dich verlassen Du bist allein Kannst du fühlen, wie kalt deine Einsamkeit geworden ist Warum hast du sie verletzt Joshua, warum hast du sie verletzt Aber natürlich hast du das Sie waren deine Freunde Du hast sie getäuscht, sie belogen Und sie durch eine Nacht des nackten Grauens gejagt Nur ein Spiel? Ich hoffe sehr für dich, Joshua Dass du Erlösung findest